Annalena Hitzfeld, hallo. Ja hallo, Titus Georgi aus Hannover von der Hochschule. Wir wollen dir sehr gerne einen Studienplatz anbieten. Du hast bestanden, herzlich Glückwunsch. Ja, dann hätte ich auch gerne den Studienplatz. Wie bitte? Ich hätte den gerne. Ja, wir hätten auch gerne, dass du kommst. Aber wenn ich ehrlich bin, hätte ich niemanden, wenn man bedenkt, dass wir eine hochbegabene Ausbildung machen. Entschuldigung. Diese Zelle ist voll gut. Herzlichen Dank. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ich freue mich. Gib mal einen Kuss auf Lottchen. Er hat nie ins Theater geglaubt. Und ganz allmählich hab dann auch ich aufgehört, an mich zu glauben und hab den Mut verloren. Wir haben niemanden. Wir auch. Wir auch nicht. Das ist anstrengend. Ich kann nicht mehr. Auf der Bühne zu sehen, war ein emotionaler Prozess. Sie ging mit dir auf die Nerven, mit ihrer Hysterie und mit ihrer Schreierei. Wir müssen uns jetzt an der Stelle echt alle wahnsinnig disziplinieren, sonst wird es unglaublich schwer. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut. Wir müssen uns jetzt allmählichت mit einem Papa-Kurs, was wir beim 겁n수. Wir müssen uns in der Nähe ihrer Hinausbildung Solo mehr sp beard. Kem�oseon Münch Über Contin Wenne zu passieren. Er viktigt und eine solcheiliänder für den Tag, wo wir in der Näheu eternheit angeht. Untertitelung des ZDF, 2020